Hallo, hier ist wieder Slender Sea Arrival am Start und das letzte Mal haben wir den Aufzug nach oben genommen, als wir das Intuvier Burst Level geschafft hatten. Wir sind aus dem Bergwerk wieder draußen und werden von stimmungsvoller Musik begrüßt. Kann man da durchgucken? Nope, aber zumindest was finden. Das hier ist wie eine Art Nationalpark. Boah, schaut mal der Turm. So nah schon. Richtig schön. Nicht wahr? Ja, hier beim Schatten sieht man richtig, dass ich eine Kamera halte. Aber das mache ich ja nur, wenn ich sie auch aktiviere. Ich kann ja auch, glaube ich, zoomen mit E. Ja. Naja, bringt nicht wirklich was. Joa. Ganz schön steil. Hier runter. Schaut mal hier. Charlie steht da drauf. Und jetzt sind wir Charlie. Wir sind am Strand und die Mutter ruft uns zum Essen. Ich will doch noch ein bisschen Sandburg bauen. bisschen planschen. Na gut. Der kleine Charlie ist eingesperrt. Er kann nicht abhauen. Oh, da glänzt doch was. Oh yeah. Guck mal. Eine Lokomotive. Richtig schön. Mal gucken, was wir noch so am Strand finden. Oh, da hinten habt ihr es wieder funkeln gesehen. Das zieht kindermagisch an. Sehr schön. Ja, Mutter, ich komme gleich wieder zurück. Na gut, es ist keine Lokomotive wirklich, aber es glänzt. Schön hier. Guck mal, da ist noch einer. Gleich, Mama. Guck mal, da ist noch einer. Gleich, Mama. Oh oh. Charlie. 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 Help. Help. Charlie. Help. Charlie. Charlie. Ich muss zugeben, ich muss zugeben, als ich das Level damals das erste Mal gespielt habe, ich hätte fast geflahnt. Das hat mich doch ziemlich mitgenommen. Warum? Ich meine, wir wussten die ganze Zeit, Charlie wird vermisst. Und jetzt wissen wir auch wieso. Charlie wurde vom Slenderman geschnappt. Weil er sich hat austricksen lassen. Und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als ein bisschen weiter zu suchen. Und bin ich hier oben überhaupt richtig? Ne, ich glaube man hätte hier nur alternativ oben rum lang laufen können. Ich glaube man muss hier lang. Genau. Wir verlassen den schönen Nationalpark, das schöne Gebirge. Wir gehen in eine Höhle rein. Uh, das sieht nicht so gut aus. Das sieht überhaupt nicht so gut aus, hm? Na gut. Oh, aber Fanwing gucken können wir wenigstens. So, wir haben hier eine Videokassette aufgehoben, namens Homestead. Aber, was ist Homestead eigentlich? Tja, das erfahren wir im nächsten Türchen, wenn wieder Slender The Arrival am Start ist. Seid gespannt, wenn wir uns auf die Farm begeben. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Macht's gut und bis zum nächsten Türchen. Ciao. Ciao. Ciao.